Dankeschön! Und nun wechseln die beiden Seiten, Hexer die Seiten. Farin Urlaub wird aus diesem Bass Töne herauszaubern, die noch nicht definiert sind. Der Tartanschrei unter den Bassisten. Aber jetzt an der Gitarre angekommen, auf der von Ihnen geneigten linken Seite. Verehrte Damen und Herren und alles da drüber und dazwischen und da drunter. Der Mann mit den 86 Fingern. Fünf davon benutzt er zum Gitarrespielen. 81, um Sie glücklich zu machen. Rodrigo Gonzalez. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020